so dann geht es weiter mit dem farming simulator 2015 mit dem mr marcel hallo und mir hallo ich grubber und er erntet das ist spannend ja weil ich weiß nicht ob ich irgendwelche maulwürfe überfahren oder so oder nein also beim anfahren habe ich immer voll die schwierigkeiten okay ja gerade eben wieder so ein richtiger schlenker drin ja das macht man zeit schnell raus mussten muss man halt gegen lenken oder man hat ein lenkrad ja oder das hast du ein lenkrad nein okay ich habe ein lenkrad ist aber kaputt das macht man dann fragt man das lenkrad aus dem auto aus ich war am überlegen ob ich mir ein neues hol was hat daran gescheitert ich weiß nicht wie viel geld ich dafür ausgeben möchte wenn schon ein gutes sein soll 100 also mein altes lenkrad das was ich mir gekauft habe war von trust master und war ein force feedback lenkrad und hat mich 80 euro gekostet ich habe das in den schrank reingestellt habe den schrank aufgemacht ist knallt runter auf dem boden aufs lenkrad drauf und bricht aus und naja jetzt bin ich halt am überlegen oder ich habe halt so ein let's player gesehen der hat halt oder spielt den um sie simulator der spielt eigentlich nur um sie simulator und er hat halt schon so ein cooles lenkrad aber ich weiß nicht was es kostet ich sag mal gute technik mein computer regt sich gerade auf okay wenn du mal 9 drückst und die karte öffnest vielleicht mich als grüner spieler oder als roter ja er dürfte auf deinem bildschirm hin und her fliegen nee du stehst zwischen 24 und 29 ja hat sich wieder gefangen zum glück die ganze zeit schon okay nee bei mir ist es immer ganz leid geflogen machst du doch eine marioana fahr ja schon fertig oder oder ist es eher lsd oder sowas naja was ist denn gelb und hat grüne stängelchen da könnte man jetzt ein japaner witz draus machen glaube ich aber schön wenn du die zeit auf 120 stellen würdest ja natürlich kann ich machen dankeschön sonst noch irgendwelche wünsche 2.000 euro ich habe echt 2.000 euro bekommen darf sonst noch irgendetwas sein nein aber jetzt hat jeder ein eigenes konto also das heißt du lieferst nicht alles ab weil sonst kriegt gar nichts mehr was der fack leckt es gerade ich glaube die pflanzen wachsen welche pflanzen raps ja das merke ich bei mir dann schon habe gerade nichts zu tun ich komme ich mal besuchen aber was du machst dann springen wir doch jetzt am besten um ja wie sieht es denn hier aus auf dem einfeld ist doch gar nichts gewachsen was denn hier los was hier mittendrin ist einfach nichts hat da ist schon abgeerntet ok bei mir hängst du immer noch im feld 23 ich bin zwischen 24 und 29 ich glaube dass da war ja jetzt aber hat so kleine ruckel ja ich glaube wirklich dass es daran liegt dass die pflanzen jetzt anfangen zu wachsen und dass der server da irgendwie nicht ganz so hundertprozentig klar kommt mit naja also ich weiß ja ich bin ja ja was zwei hühnchen ernst hat zwei ich habe mehr ich habe glaube ich zehn hühnchen oder so wie sieht es denn alles hier schade dass man die nicht verbraten kann ja ich hau dich um meine hühner ich habe eier im rucksack 14 stadt weil sie auch verkaufen kriegst auch geld ja 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 natürlich also wo bist du jetzt eigentlich ich hole jetzt die hühnchen und bienen habe ich auch ich ja schon habe ich gesehen habe ich gesehen ach so ich muss ja grobe an ich glaube ich stelle jetzt echt mal ein helfer ein ja komm scheiß der hund drauf also nicht wirklich soll er nicht tun nicht auf den helfer der gute helfer ah guck mal jetzt kann man hier weiter ernten jetzt sitzt der im dings drin oder was ja ich habe gedacht jetzt könnte ich endlich mal dings ernten wenn du möchtest ne 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 mach ruhig weiter ich gucke dir zu ob du das auch anständig machst ja ich war es anständig sicher ja ich habe das gewicht abgelassen wir bräuchten aber vielleicht noch ein größeres schneidwert vorne ein größeres schneidwert wert ein schneidwert ja das ja ja sprich dich aus vielleicht ein moderneres schneidwert wenn wir geld haben dann können wir das machen was ist denn so ein schneidwert ja also das ist wertvoll das ist extrem also der wert äh vom schneidwert ist ist nämlich hoch von 4 4 meter schneidwert ja der achso ja also das rote der wert liegt bei 54.000 und das andere für 12 also mit 12 metern 65.000 ja für den 13,7 meter ja das ist schön ist auch ziemlich günstig 79.000 ja oder wir holen uns das äh das ist das gleiche aber ja das ist das gleiche wir haben nur Farbe okay und da sind unsere Dinge für Rüben und Mais ja wie viele haben wir denn aktuell im Speicher an Raps an Raps haben wir einfach nichts nichts gar nichts äh nicht viel oh ich fahre jetzt gleich mit dem Anhänger neben dir her und sammle das dann gleichzeitig auf und dann ich bin bei 7% ja ich fahre nicht mit dem Anhänger neben dir her weil es lohnt sich nicht oh ich darf nicht aufs Feld fahren sehr unprofessionell oh man was machen wir mit dir ähm Kündigung und bitte das nächste Mal wenn du den den Traktor hinstellst bitte mach oben die Plane drauf das sieht schön aus ja mach ich gerne okay Chef Chef hier ah immer die Angestellten äh wann gibt's wieder Lohnchef warte mal ich stell mich hier hin oh ne was machst du denn schon wieder ah wenn ich das mir anguck warte du willst Lohn ja für Lohn kann ich dir Eier überweisen was soll ich dir da noch Eier verkaufen die extra für dich hast du jetzt Eier aufgesammelt ne oder nein ich glaub das mal gar kein wo sieht man die Eier die liegen auf dem Boden wurde mir gesagt von dem äh Mann ja auf dem Boden liegen sie also muss ich mal achso hier ähm wie viel hab ich denn jetzt ich hab 24 also ähm ich du kannst auf meine Eier zugreifen und ich auf deine oh Mann das was im Rucksack ist gehört uns beiden ja aber es klingt so falsch das ist falsch ich will nicht dass du auf meine Eier zugreifen kannst oh Humor 13 oder ja naja schlimme Gedanken ich hab wieder Bilder im Kopf es wird grad dunkel ja ich hab ja die Zeit wieder umgestellt auf äh ja 100 20 genau der Wind sieht aber nicht grad fröhlich aus ja wie sieht's denn aus soll's regnen nö Sonnenschein 19 bis 19 am Montag soll's regnen ich halte dass es nicht schneit ja das wär geil oder ja mit Schnee flog dann vorne dran es hat schon was dafür gibt's ja einen Simulator ein Skiregion Simulator äh hab ich nie gespielt hab ich schon gespielt aber der war nicht so gut wie fandest du eigentlich die die Mod für äh Eurotrack Simulator die Schnee Mod achso ja außer dass man ein bisschen mehr rutscht und andere Texturen sind was Neues mal also ich muss echt sagen also Minecraft Schnee Biom ist meins so in Spiele wenn's Schnee gibt ist richtig geil also ich liebe Schnee aber nicht doch echt aber ich äh da wo ich wohne äh ja ich nicht Schnee manchmal so drei Zentimeter oder so ja und die Leute die hier wohnen die sind total überfordert wenn dann so nur ein Zentimeter Schnee fällt dann drehen alle durch aber ich glaub das ist überall so ja so ungefähr so scheiße was soll ich machen die Straße ist weiß und dann erstmal anhalten und gucken ja ja was machst du da äh ich guck dir so ein bisschen zu so was du machst ja ja Steff guck mir zu ja also ich muss jetzt echt sagen äh in der Folge ist jetzt nicht so viel passiert bei mir ne ich steh einfach nur blöd in der Gegend rum und guck dir zu und fahr mal hin und her so Produktivität wollen wir eigentlich nachher auf äh äh Kuhfarm gehen oder sowas mhm doch naja ähm füttern und vielleicht die Wollpaletten wegbringen aber sonst ok machst du bitte dein Licht an oh 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 nee das ist too much möchtest du mich denn jetzt gerne abpumpen alter das klingt schon wieder falsch man ich 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 nehme das geerntete mit ich pumpe hier nix ab ach schade äh kommt meine kommt meine Rohr überhaupt so hoch äh automatisch fahren bitte geht nicht oh Gott alter oh Gott oh Gott danke fürs abpumpen äh 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 es ist irgendwie einfacher wenn man steht bleib stehen ja bin ich auch ich bin fertig ich bin leer ja ja genau deshalb sollst du ja stehen bleiben kommt nix mehr raus bleib stehen komm gib nochmal was äh ey waren das wirklich nur 6% ja das war nicht viel das ist ja gar nichts ja wir werden arm wir sind arm ja 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 holy shit man und ich hab gedacht wir machen jetzt hier große kohle ey dann hast du da als farmer den falschen beruf ja ich bleib pilot ja die verdienen bisschen mehr ja ein bisschen ey wie viel haben wir jetzt im erreicht hier jetzt ist voll hier jetzt können wir uns das alte schneidwerk verkaufen und neues schneidwerk holen ja auf jeden fall nicht ja doppelte reichweite doppelt so schnell ey der mais der bringt ja fast gar nix mhm doch hier transportfirma komm ich verkaufe jetzt den mais 1000 äh euro für die tonne ja noch nicht so viel so mais mais gerste mais nein was die folge ist vorbei ach schade schon wieder ja 15 minuten gehen echt schnell vorüber ja dann würde ich sagen den mais den verkaufen wir dann in der nächsten folge und werden reich ja und kaufen uns dann vielleicht in der nächsten folge schon ein größeres schneidwerk wir werden sehen ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ja ciao